Musik Es geht eigentlich um zwei Brüder, die sich ganz lange nicht gesehen haben, 30 Jahre, und die sich jetzt bei der Beerdigung des Vaters wieder treffen. Der eine ist in die Welt rausgegangen, der andere ist zurückgeblieben sozusagen, also in der Gemeinde zurückgeblieben. Der eine wohnt in Singapur, der andere ist im Schwarzwald wohnen geblieben. Die treffen sich nach langer Zeit zur Beerdigung ihres Vaters und haben sich auch nichts mehr zu sagen. Und die zwei müssen sich erstmal wieder annähern, weil sie verschiedene Themen haben, die sie aufeinander nicht so gut zu sprechen lassen sozusagen. Und dann erinnern sie sich mit ein paar Schnäpsen vom Leichenschmaus daran, dass sie, als sie 15 Jahre alt waren, eine Mofatour durch Deutschland machen wollten, weil sie aus dem Schwarzwald heraus eben das Land gar nicht kannten. Weil die Zeit reif ist einfach, machen sie sich auf und fahren einfach los aus dem Schwarzwald hinaus mit ihren Mofas, die sie wieder empfinden, im Schuppen sozusagen, und bis an die Ostsee. Regel Nummer eins. Die Reise beginnt am Brunnen des Marktplatzes von Löching und endet, wenn die Teilnehmer am Timmlaufer Strand in die Ostsee pinkeln. Regel Nummer zwei. Die Reise muss auf dem Mofa gemacht werden. Regel Nummer drei. Die Teilnehmer verpflichten sich während der Reise zu trinken, Drogen zu nehmen, Sex zu haben, eine Arschbombe vorm 10-Meter-Turm zu machen, Sex zu haben. Die gesamte Karte auf einmal beim Griechen zu essen. Was ist deine Idee? Das war deine. Ein 20-Meter-Wheelie-Hang abwärts zu machen. Eine schlafende Kuh umstoßen. Und das? Das war meine. Die finde ich eigentlich noch ziemlich gut. gunsoohl. Das war meine. Gehen tut es eigentlich darum, dass man einfach, also eine Situation, beide kommen in eine Situation im Leben, wo sie plötzlich einfach mal was anderes machen, als sie normalerweise machen. Raus aus dem Alltag, rein in das sich selber wieder spüren, in das sich selber wieder kennenlernen, rein in das sich gegenseitig wieder kennenlernen und in eine Langsamkeit eigentlich, diese eben beide dann inspiriert zur Reflexion, würde ich jetzt mal sagen. Und das Ganze ist sehr, sehr lustig und es ist gespickt mit wahnsinnig tollen Schauspielern, allen voran Lars Eidinger und Bjarne Medel in den Hauptrollen, als Georg und Christian Schneider, so heißen die, mit Nachnamen und dann treffen sie auf Franka Potente, Alexander Maria Lara, auf Jelle Hase. Sie sind ganz am Anfang schon begleitet und ganz am Ende mit Sandra Hüller. Und dann ist auch noch der Wotan Wilke Möhring dabei und Jördis Triebel, also ein wahnsinnig guter Trip. Also wir haben jetzt auch schon viel den Film gezeigt, wir sind auf Kinotour und das ist ganz toll für uns, weil der Film so richtig die Herzen öffnet, die Leute lachen und weinen und sind ganz begeistert. Die Ausgangsidee hatte der Regisseur Markus Goller schon ganz lange, der hat die, glaube ich, schon seit garantiert 15 Jahren. Er selber besitzt auch eins von diesen Mofas, die in dem Film gezeigt werden. Eine orange ZD25, eine Zündab. Da hat er auch eine tragische Liebesgeschichte, die damit verbunden ist. Ich habe es nur deswegen gemacht, weil ich mich im Nachbarort in ein Mädchen verliebt hatte und meine Vision war dann praktisch, das wäre doch super, wenn ich die dann immer abholen könnte in der Früh und mit zur Schule nehmen könnte. Und deswegen wollte er einen Film machen, einen Roadmovie mit einem Mofa und das hat er mir vielleicht vor fünf Jahren erzählt und dann habe ich in so eine Datei in dem Computer den Satz geschrieben, ein viel zu alter Mann sitzt auf einem Mofa, wo normalerweise ein 15-Jähriger drauf sitzt. Habe dann aber nie was gemacht mit der Idee und vor drei Jahren war ich in Sri Lanka zum Überwintern, das ist ja kalt in Berlin, wie wir wissen und da saß ich da und da gab es diese Silvesterausschreitungen in Köln, damals und diese Pegida-Demonstrationen und ich war zutiefst frustriert und auch deprimiert, dass offensichtlich das Bild von Deutschland nur aus diesen beiden Polen besteht. Und saß dann da und das sieht man da ja auch dann plötzlich nochmal schärfer und klarer, wenn man vom Ausland auf sein eigenes Land blickt, dachte ich, ich würde gerne ein anderes Bild von Deutschland zeigen, ein warmherzigeres, offeneres, neugierigeres, versöhnlicheres, mehrdimensionaleres Bild. Und dann habe ich mich da in dem Zuge daran erinnert, dass mir Markus die Idee mit dem Mofa erzählt hatte und dann ist mir klar geworden, dass das das perfekte Vehikel für so einen Film sein könnte. Und dann bin ich in Sri Lanka immer am Strand auf und ab gelaufen, immer mit Musik in den Ohren und habe dann die Geschichte entwickelt. Und so wurden aus einem älteren Mann zwei Brüder, die sich bei der Beerdigung treffen und, 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 bis sie dann am Ende in der Ostsee ins Meer pinkeln. Ich finde nicht, dass er eine Ähnlichkeit hat mit Simpel, weil es geht ja schon eigentlich um ganz was anderes. Wobei, du hast schon ein bisschen recht, also es geht auch natürlich um Brüder. Bei Simpel ist es ja wirklich nur eine kleine Szene, dass die da irgendwie auch auf einem Mofa fahren oder das ist ja sogar ein Mokick. Das ist ja gar nicht Inhalt der Geschichte bei Simpel. Da geht es ja um zwei Brüder, wo der eine sich um den anderen tatsächlich kümmert. Da geht es um das Füreinander-Dasein, auch in dem Fall von beiden Seiten. Aber es stimmt schon, wenn ich darüber nachdenke, also so ein bisschen ist es natürlich bei den Brüdern auch so. Das hat aber, glaube ich, so der grundsätzliche Vermehreransatz an das Ganze. Und ich werde auch immer wieder gefragt, ja sag mal, jetzt hast du da ein Roadmovie gemacht und dort wieder was mit Brüdern und schon wieder was mit Brüdern. Also es ist mit den Brüdern, da kann ich wirklich gar nichts dafür. Ich habe auch keinen Bruder, aber was heißt, ich kann nichts dafür? Also ich glaube ja nicht an Zufälle. Ich glaube, das hat auch einen Sinn für mich. Deswegen sagt es im Film auch die Willi. Die sagt ja eben, es gibt für alles einen Grund, was passiert. Und den kreiert man sich auch selber. Aber genau, und bei Simpel war es einfach so, dass die Romanvorlage, das waren zwei Brüder. Und hier ist es so, dass der Olli mit dem Buch dann kam und er hat einen Zwillingsbruder. Und wahrscheinlich sind es deswegen auch zwei Brüder geworden. Also ich durfte ja nur dann toll reagieren auf die tollen Bücher. Das Cinemascope war natürlich von Anfang an, das war keine Frage, also natürlich, das ist ja ein, war als Kinofilm oder ist ein Kinofilm, war so immer konzipiert. Und mein toller Kameramann, Frank Griebe, den ich mir borgen durfte, von Tom Tick war sozusagen. Ich habe aber mit ihm auch schon mal eine Werbung gemacht, da kannten wir uns. Ja, das war einfach sensationell. Das war natürlich total für mich einen Glücksgriff oder für uns alle. Und ich bin, Frank, dann auch tatsächlich 10.000 Kilometer durch Deutschland gefahren. Und im Schwarzwald, würde ich behaupten, kenne ich jeden Grashalm. Also wir sind jeden Wald abgelaufen, um diese ganzen Locations da zu finden. Das war wirklich, also nicht jeden, aber ganz viele. Wir wollten halt, und das hat aber auch was mit der Location, und als grundsätzlich mal Schwarzwald war auch ein bisschen so angedacht, dass es eben ein bisschen dunkler losgeht, ein bisschen enger losgeht, ein bisschen, also so ist ja auch dieses Elternhaus, ein bisschen älter, das hat jetzt nichts mit dem Schwarzwald zu tun, aber mit der Location, die wir auch gefunden haben, und haben es ein bisschen dunkler gelassen. Und es wird halt dann hinten raus immer lichter und immer heller und immer weiter, bis wir dann eben ans Meer kommen. Und wir hatten aber nicht so ein richtiges Farbkonzept eigentlich, das hatten wir nicht. Wir wollten halt kameramäßig Deutschland so schön, wie es irgendwie geht, einfangen und ruhig erzählen. Und so erzählen, dass wir sowieso immer einfach mit den Leuten die ganze Zeit sind. Das hat sehr, sehr viele autobiografische Züge, außer dass ich diese Deutschland-Tour nicht gemacht habe. Ich habe zum Beispiel einen Zwillingsbruder, wir hatten den Dachboden mit der Tischtennisplatte. Ganz, ganz viele Szenen sind entweder mir passiert oder sind Freunden von mir passiert oder sind Erzählungen. Zum Beispiel wollten wir damals auch immer Kühe, schlafende Kühe umwerfen. Und das war so ein Gag bei uns. Ich komme aus Reutlingen, das ist hier gar nicht so weit entfernt. Und da gab es diese Legende, dass Kühe im Stehen schlafen und dass man die umwerfen kann. Und irgendwann mal waren wir, irgendwie jugendlich, sind wir dann auch besoffen auf eine Kuhweite gefahren und haben versucht, diese Kühe umzuwerfen. Das hat nicht geklappt. Und das habe ich seit Jahren versucht, in Filme reinzukriegen und habe es nicht geschafft. Und in dem war es dann fällig. Oder eine andere Geschichte ist, in Reutlingen gab es den Udo-Snack. Und bei Udo-Snack gab es immer die Wette, wer entweder den Riesenburger oder wer die ganze Karte von Udo-Snack essen kann, der kriegt es umsonst. Und da sind dann Generationen von Schülern daran gescheitert, das zu schaffen. Und das steckte auch immer in meinem Kopf drin, dass ich das mal in einem Film machen kann. Also so gesehen sind sehr, sehr viele Einzelepisoden total davon inspiriert, was mir oder Markus passiert ist. Also sagen wir mal, granular autobiografisch ist es. Die Besetzung der Hauptdarsteller war tatsächlich so, dass der Olli beim Schreiben ab und zu den Bjarne schon gerne im Kopf gehabt hat. Aber wir natürlich, also er auch selber noch nicht weit genug war, dann wirklich da irgendwie dran hoffen zu können, dass man eventuell so einen Bjarne jetzt dafür fragt. Aber der Bjarne spukte ein bisschen im Kopf rum. Ich hatte angefangen zu schreiben und da habe ich die Geschichte einem befreundeten Regisseur erzählt. Und der hat die sich angehört und fand die ganz toll und meinte, denk mal bei dem Bruder, der in seinem Dorf geblieben ist, denk da mal an Georg, an Bjarne Mädel. Und in dem Moment dachte ich, in der Tat, Bjarne Mädel wäre eine wahnsinnig gute Besetzung. Und dann haben wir eine ganz tolle Castron einfach gehabt, die Nina Hauen. Und die hat auch das Drehbuch bekommen und wir haben ja gar nichts gesagt, was wir so denken. Und die hat dann einfach im ersten Meeting ein Papier hingelegt und das war der Lars und der Bjarne nebeneinander auf dem Bild. Normalerweise kriegt man wahnsinnig viele Vorschläge. Sie hat im Prinzip nur einen Vorschlag gemacht und meinte, die beiden Brüder sind Bjarne Mädel und Lars Eidinger. Und das sollten sie sein, glaubt es mir. Und dann haben wir das angeschaut und haben noch eine Woche drüber nachgedacht und dann ist uns klar geworden, dass sie recht hat. Auf dem Bildschirm wusste man, die wollen was voneinander und auch die hatten ähnliche Augenpartien. Also irgendwas war da sofort. Und dann haben wir ihm das Buch gegeben und die mochten es dann, wollten aber natürlich die wichtigste Frage war für sie, wer spielt den Bruder. Und als Bjarne gehört hat, dass es Lars gemacht hat oder Lars gehört hat, dass es Bjarne macht, da waren sie dann, also sie fanden das Buch beides super, aber dann fanden sie es richtig toll und dann haben wir uns getroffen und das ging dann ganz schnell. Willst du auch ein Bier, Christian? Oh, sehr gerne, Georg. Wie aufmerksam. Und einen kleinen Schnaps dazu? Ja, wieso nicht? Meine Eltern sind reingeschmeckte, wie man so gesagt hat. Und das habe ich dann auch wieder in dem Film verbraten, dass der Vater von Georg und Christian auch zugezogen ist, was uns überhaupt den Film erst möglich gemacht hat, weil die können einfach nicht Schwäbisch. Also Bjarne Mädel ist ein Nordlicht, Lars Eininger kommt aus Berlin. Wenn die Schwäbisch versucht hätten, das wäre hochnotpeinlich geworden. Also haben wir gesagt, machen wir es so wie ich. Sie sind von einem Vater großgezogen worden, der auch nicht daherkommt und deswegen müssen sie nicht Schwäbisch schwätzen. Georg macht es in einer Stelle des Films, da proeft er, dass er es kann, wenn er über seinen sterbenden Vater erzählt. Nachdem wir Bjarne und Lars hatten, überlegt man sich aber, wer könnten die anderen sein? Auch da war es wieder die Nina, die zum Beispiel sehr, sehr gut die Franka Potente kennt, als Privatperson. Und sie meinte, die Ute, das wäre eigentlich genau die Franka. Also die Franka könnte diese Art von Frau und durchgedrehtheit, könnte sie wahnsinnig gut machen. Und wir sagen, ja, Franka, also bitte, Franka wohnt in Los Angeles, Franka ist Lola rennt. Also wir können jetzt nicht die Franka für so ein kleines, doch, doch, mach das mal und so. Und wir waren eben auch in dem glücklichen Zustand sozusagen, dass wir das produziert haben. An normalen Produzenten würdest du sowas nie vorbeikommen. Die fänden das auch ganz toll, wenn die Franka mitspielen würde. Aber es ist einfach sehr aufwendig, sagen wir es mal so. Das sind natürlich Top-Schauspieler. A, kriegen die eine Gage, B, muss die aus Los Angeles eingeflogen werden und so. Aber wir fanden es einfach so toll, dass wir sie einfach gefragt haben. Und sie hatte auch natürlich auf Lars und Bjarne, oder was heißt natürlich, sie hatte auf die beiden total Lust und auf uns. Und dann ist sie gekommen. Und so ging es mit Sandra auch. Sandra war es so, dass Bjarne eine Folge Tatortreiniger gedreht hat mit ihr. Und da hat sie ihm eben erzählt, dass sie wahnsinnig gerne auch mal einfach nur so eine ganz kleine Rolle mal spielen wollen würde. Und da hat Bjarne gesagt, ich hätte da was für dich. Und so haben wir sie gefragt und da hat sie eben auch Lust gehabt. Und so kam dann einfach eins zum anderen. Also jeder hatte dann irgendwie Lust, natürlich da dann mitzumachen bei dem Ensemble. Und so kam es. Wir hatten, also Olli schon beim Schreiben, der hört immer, er hat irgendwie eine Auswahl von wenigen, aber sehr selektiven Musiken, die er die ganze Zeit hört im Loop beim Schreiben. Das war seine Playlist. Ich habe dann meine Sachen noch so dazugepackt. Da hatten wir so eine Playlist, die schon, also bevor wir irgendwie angefangen haben zu drehen, so die Stimmung und den Mood irgendwie hatte. Und ich habe dann hinten beim Schneiden, habe ich da geschöpft von dieser Playliste. Und ich habe noch ein paar Sachen eben dazugebaut. Und auch mit meinen Musikern so ein bisschen Score. Den hatte ich mir im, warte mal, hoffentlich kriege ich das zusammen. Doch, ich kriege es zusammen. Den Score hatte ich mir im Mood beim Schneiden als Layout, war das der von St. Vincent. Theo Shapiro heißt der Komponist. Und das hat einfach wahnsinnig gut gepasst. Und wir haben es dann praktisch den Score anhand, also als Mood anhand dieses Dings, haben wir den Score gemacht mit ganz tollen Menschen, mit dem André Melitta und mit dem Peter Horn in München. Und dann habe ich eben diesen Film bestückt mit unserer Playliste und noch ein bisschen mehr. Und plötzlich war eben irgendwie klar, dass eigentlich keiner von diesen Songs irgendwie zu ersetzen sein wird. Weil man sich sofort in sie verliebt hat und weil die Songs auch tatsächlich noch eine ganz andere Ebene aufmachen. Wenn die da fahren und es läuft, also für mich so ein Yola Tango, dann macht das Yola Tango was mit deiner Sehnsucht, mit deinem sich selber vorstellen, identifizieren, wie es wäre, wenn man durchs Land fahren würde, wenn man mal loslassen würde, wenn man ganz was anderes machen würde. Und parallel fahren die aber irgendwie für sich und erzählen nochmal eine andere Geschichte. Und das machen diese ganzen sehr filigranen Singer-Songwriter-Songs oder eben Bilderbuch hinten Maschinen. Wenn du das mal drauf hast beim Tischtennis, das musst du dann einfach haben. Und da war es eben auch toll, dass wir es selber produziert haben, weil wir konnten dann das Geld, was wir eigentlich verdient hätten als Produzenten, nicht ganz, aber zum großen Teil in die Musik stecken. Das war eine große Freude. Weil man muss die Musiken ja kaufen und du musst es dann auch so machen, dass du es weltweit benutzen kannst, weil der Film wird weltweit auch verkauft. Und dann, sonst musst du nochmal mischen, weißt du, du baust das alles dann. Aber wir haben uns in die Musik verliebt und es musste so sein. Wir haben ein Musikbudget von 100.000 Euro gehabt, was erstmal gar nicht so wenig klingt, das ist eigentlich eine stattliche Summe. Und dann fingen wir an, diese Musik, die da jetzt drauf ist, draufzulegen. Und das ist halt ein Hit nach dem nächsten oder ein toller Song nach dem nächsten. Und dann sind wir zu unserer Musikberaterin gegangen und haben gesagt, wie viel wird das ungefähr kosten? Und dann meinte die, also unter 250.000 ist das nicht zu machen. So, und dann kostet das 150.000 Euro mehr. In einem normalen Fall, in einem anderen Film, wo ich jetzt nur Drehbuchautor gewesen wäre, dann wäre die Entscheidung getroffen werden, such dir ein paar Stücke aus, die du wichtig findest an den Regisseur und der Rest wird soundalike sein oder ganz billige Lieder oder irgendetwas. Und in unserer Rolle als Produzenten haben wir dann einfach gesagt, fuck it, dann geben wir das Geld halt einfach aus, weil das wollen wir haben. Und damit setzen wir natürlich, kommen wir unserem Maximalziel, dem 100-Prozent-Ziel bei dem Film natürlich viel, viel näher, wenn wir solche Entscheidungen treffen können, die zwar dann manchmal mehr Geld kosten, aber künstlerisch dann für uns den Film wertvoll und so machen, dass wir halt extrem zufrieden damit sind. Scheiße, das war das! Der spielt noch! Der wird uns umdrehen! Scheiße! Schreiben ging relativ leicht von der Hand. Das hat auch gut in der Zusammenarbeit mit Markus geklappt. Da konnten wir uns sehr schnell immer auf alles einigen. Und wir haben auch ein Vertrauen miteinander, dass das passt. Dann war auch die Suche nach den Schauspielern, habe ich vorhin ja schon erzählt, auch ganz toll. Aber das eigentliche Produzieren und diesen finanziellen Druck auszuhalten, dass man nur ein bestimmtes Budget hat und jede Entscheidung, die man trifft, das Budget teurer machen, das war, fand ich, eine wirkliche Herausforderung. Es gibt einen jüdischen Witz, den ich total liebe und wenn ich diesen jüdischen Witz höre, dann muss ich immer ans Produzieren denken. Und zwar, ein Mann kommt an den See und es ist absolut verboten, dass er schwimmt und es ist aber auch absolut verboten, dass er drumrum läuft. Aber er muss unbedingt auf die andere Seite kommen. Was macht er? Er geht drumrum, weil irgendwie muss er ja auf die andere Seite kommen und das ist Produzieren. Weil als Drehbuchautor fahre ich mit einem U-Boot oder fliege ich. Als Drehbuchautor erträume ich mich auf die andere Seite. Aber als Produzent kann ich immer nur unmögliche Entscheidungen treffen. Und diese Situation im Leben mal zu haben und das auch auszuhalten, dass man ganz egal, was passiert, immer weiß, egal welche Entscheidung man trifft, sie wird wehtun. Also entweder gebe ich 150.000 Euro mehr für Musik aus, geht eigentlich gar nicht. Oder ich habe nur vier geile Lieder anstelle 16, geht auch nicht. Also weißt du, weder schwimmen noch drumrum laufen. Aber eine Entscheidung muss man treffen. Und das ist sozusagen für mich immer das totale Sinnbild des Produzierens. Und das habe ich zum ersten Mal gemacht und das war zum Teil ganz schön nervenaufreibend. Mein erster Schnitt, der war circa 15 Minuten länger noch. Ich hatte mich ein bisschen mehr noch ausgespielt, aber das macht man immer in der ersten Runde sozusagen, in den ganzen Montagen vor allen Dingen. Also es gibt so viele mehr noch Mofa-Aufnahmen. Aber dann ziehst du es immer weiter zusammen und es ist immer ganz schön, wenn man dann auch Feedback bekommt. Wo ist es denn? Du brauchst einen ganz bestimmten Rhythmus in dem Film. Und den hat er eben jetzt wahnsinnig schön bekommen zwischen sehr lustig, dann fällt mir wieder in was Emotionales, er hängt sich da irgendwie auf, dann wird es wieder sehr lustig, dann wird es wieder emotional. Und es hat aber immer so gerade so den Riecht, es hat einen super Rhythmus. Also ich kriege das mit. Deswegen ist es für mich immer ganz schön, mit Publikum zu gucken, weil da lerne ich auch. Du merkst es auch nicht, die müssen noch nicht mal lachen, aber du merkst energetisch, ob die jetzt da dran sind oder nicht. Wenn du als Regisseur oder jemand, der den Film macht, so einen Film mit Publikum guckst, da sind alle Antennen offen. Also es ist unglaublich. Deswegen ist es auch so anstrengend, aber so toll. Musik Untertitelung. BR 2018